Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Durchlauferhitzer-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Durchlauferhitzer-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5, haben wir die Stiebel Eltron 185.411. Nach Angaben des Lieferanten nutzt dieses Design die konventionelle Hydrauliktechnik, um warmes Wasser zu liefern. Amazon-Konsumenten sind vor allem zufrieden und finden auch das Preis-Leistungs-Verhältnis attraktiv, um nur einige Punkte zu nennen. Der Stiebel Eltron der NM3 ist speziell für kleinere Wassermengen geeignet. Der Wassertemperaturpegel kann flexibel verändert werden, wobei das Zirkulationsheizsystem das Wasser um ein Optimum von 25 Grad Celsius erhitzt. Bei einem Einlasstemperaturniveau von durchschnittlich 10 Grad Celsius bereitet das Werkzeug somit lauwarmes Wasser vor, das nicht zu warm ist. Der Hersteller sorgt mit diesem 3,5 Kilowattstunden-Design für eine zeitgemäße Leistungsfähigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Vielen Dank an das markenrechtlich geschützte Profi-Rapid-Setup-System darf die Montage auch für Laien kein Problem sein. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Stiebel Eltron Dell. Der elektronische Instant-Wasser-Erhitzer von Stiebel Eltron verfügt laut Hersteller über ein speziell hochwertiges Gerät. Kunden an Amazon.com schätzen die überdurchschnittliche Qualität und geben der Version auch fast ausschließlich die führende Bewertung. Der Wassertemperatur-Bägel kann ständig auf den exakten Grad zwischen 30 Grad Celsius und 60 Grad Celsius eingestellt werden, um bestimmten Anforderungen gerecht zu werden. Die clevere, urheberrechtlich geschützte 3-Moderne Technologie von Stiebel Eltron sorgt dafür, dass die Auslasstemperatur speziell auf den Sollwert passt. Auf Platz 3, haben wir die Stiebel Eltron. Im Wesentlichen sind die Kommentare von Verbrauchern bei Amazon wirklich günstig in Bezug auf die Stiebel Eltron-Schnellwasser-Erhitze, wobei, zusätzlich zu einfachen Raten, die perfekte Funktion applaudiert wird. In diesem Modell wird die urheberrechtlich geschützte 3-Moderne Technologie von Stiebel Eltron mit langzeitiger Temperaturüberwachung genutzt, sowohl das Wasservolumen als auch das Temperaturniveau werden beim Ein- und Ausstieg aus der Durchlaufheizung kontinuierlich überprüft. Dank der elektronischen Überwachung der Wassertemperaturen sollten laut dem Versorger bis zu 30% Energiekosten im Gegensatz zu einem herkömmlichen Schnellwarmerhitzer erhalten bleiben. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Stiebel Eltron. Der Wassererhitzer DHB21ST von Stiebel Eltron ist ein erstklassiges Mittelklasse-Design. Mit sehr vielen Ausnahmen wird es auf Amazon positiv eingestuft und auch vor allem für seine unkomplizierte Rate und die vertrauenswürdige Versorgung mit warmem Wasser gelobt. Wie alle hochwertigen digitalen Instant-Warmwasserbereite, nach Angaben des Herstellers, hat dieses Modell auch kein Problem, die Sammlung bevorzugte Temperatur zu halten und damit noch mehr Komfort in der Warmwasserversorgung zu gewährleisten. Die DHB21ST kann nicht auf das nächsten Niveau gewöhnt werden, aber drei Temperaturgrade, 35 Grad Celsius, 45 Grad Celsius und auch 55 Grad Celsius, sind leicht verfügbar, die mit einer rotierenden Steuerung eingestellt werden können. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die AEG Haustechnik AEG. Gerne stellen wir Ihnen einen digitalen Schnellwarmerhitzer der Marke AEG vor, der sich durch verschiedene günstige Erfahrungsberichte auszeichnet. Dies ist der sofortige Warmwasserbereiter auf Basis von Le, der für gut 200 Euro angeboten wird und von Ihnen in verschiedenen Leistungsgraden ausgewählt werden kann. Mit diesem sofortigen Warmwasserbereiter profitieren Sie von einem hohen Temperaturkomfort. Auf diese Weise können Sie garantieren, dass Sie Split-Sekunden sowie grenzenloses Warmwasser an Ihren Links erhalten. Mit Hilfe der verschiedenen Applikationssymbole ist es zusätzlich leicht möglich, eine kontinuierliche Lufttemperatur kontinuierlich einzustellen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.